Und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Season von Ranked in Overwatch. Mit dabei diesmal der Wexan und der Schrauder. Hallo! Hallo! Ja liebe Leute, wir müssen jetzt wieder erstmal 10 Platzierungs-Matches machen, bevor wir wieder in den epischen, oder weniger epischen, wie bei mir in der letzten Season, Rang bekommen. Doch es hat sich ein bisschen was verändert. Nicht nur das Logo von der Season, sondern auch das komplette Ranked-System. Es gibt jetzt nicht mehr dieses Platz 1 bis Platz 100 Ranking, sondern es gibt jetzt ein Spielniveau zwischen 1.000 und 5.000. Und dann gibt es solche Ränge wie Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Tartplaste. Gibt es da noch was? Amulat. Ja genau. Styropor. Genau, so wie man es halt aus LOL oder eben Heroes of the Storm kennt. Aber was ich gelesen habe, wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob das funktioniert, ich habe gehört, wenn man einmal zum Beispiel jetzt Gold erreicht hat, dass man dann nicht mehr unter Gold fallen kann, halt nur noch auf die unterste Grenze von Gold irgendwie. Habt ihr davon schon was mitbekommen? Nee, ich habe davon aber auch nicht gelesen, muss ich sagen. Okay, dann habe ich mich jetzt gleich eingebildet, aber wir werden es ja sicherlich sehen im Laufe dieses Formats. Und ich würde denken, ja, die zweite Season steht gar nicht, wann es endet. Ich habe es ja schon auf dem PTR-Server gesagt, da stand eigentlich, man endet am 17. November. Das steht jetzt da nicht mehr. Achso, was man vielleicht noch anmerken müsste, die haben auch an den Ranglistenpunkten was geändert. Und zwar war es ja so, dass man in der ersten Season 300 Punkte gebraucht hat, um sich so eine verfickte goldene Waffe, Entschuldigung, um so eine schöne goldene Waffe da zu kaufen. Und man hat halt nach jedem gewonnenen Ranked-Match einen Punkt bekommen. Blizzard dachte sich, hm, ein Punkt, das wirkt so mickrig, wenn man gewinnt. Erhöhen wir es mal lieber auf 10. Also haben sie alles mal 10 genommen, die eigenen Punkte angepasst, sodass die goldenen Waffen jetzt 3000 kosten. Und ja, ich habe jetzt 480 Ranglistenpunkte, mir fehlen also noch ein paar. Und wie viel habt ihr so? Ich bin bei 760. Ja gut, und Schroder? 530. Easy. Easy, bin ich wieder ganz unten, sehr schön. Warum mache ich so viel? Was ich aber mitbekommen habe, wenn man irgendwie auf 60 eingerankt wird oder so, kriegt man schon 3000 oder irgendwie sowas in der Hand. Naja, ich konnte es leider nicht richtig schaffen, mir noch einen anderen Helden fürs Ranked anzueignen, außer Lucio Reinhardt. Und vielleicht noch einer, werden wir mal sehen, wie das so wird. Aber ansonsten natürlich Genji und Widow ganz klar bei euch. Aber wen du ganz bestimmt spielen kannst, ist Bastion. Einfach bloß links klickt. Selbst das kann der Schroder besser. Ganz am Anfang hat der Schroder best gespielt, da hat er übel rasiert. Das kann ich nicht immer. Also, vielleicht Reaper? Du schwerst es nicht. Obwohl, Reaper ist ja eher dein Milieu, ne? Wechseln? Milieu, ja. Milieu. Oh, die Suchanzeige ist jetzt lila. Guck mal an. Stressig wird. Weil ansonsten nehme ich auch gerne Lever. Mhm. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, mehr Damage-lastige Helden zu spielen. Also, also, Muck. Nicht immer heilen oder so. Aber welcher Charakter mir noch liegt, der wird mir gerade hier im Titelbild schon bei mir gezeigt, ist Mercy. Achso. Ja gut, das stimmt. May ist natürlich... Oh, geil. Gott sei Dank eine Map, wo ich Lucio zuerst spielen kann. Guck mal, der eine ist schon Gold. Der eine ist schon auf Gold eingerankt. Seht ihr das? Ach. Schön. Schön, ne? Und bei den anderen auch. Achso, nee, bei uns ist... Der andere sieht aber... Ist das... Der rechte ist aber dunkler irgendwie, oder? Oh, da hat schon so ein Lappen Lucio genommen. Ach, fick dich doch. Was nehme ich denn dann? Anna? Ach komm, ich nehme Anna. Einfach mal... Einfach mal aus Spaß Anna nehmen. Ah. Dann gehe ich mal Digi. Alter, der Sack hat schon Lucio genommen, ey. Bei mir ist es wirklich gerade der Welt zusammengebrochen, muss ich sagen. Warum nimmt denn der jetzt? Willst du mich verarschen? Ach, der hat doch nicht Lucio genommen. Jetzt kannst du aus Lucio. Jetzt kannst du aus Lucio. Mir ist gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, ich verstehe nicht, warum Maratorium gewechselt hat von Diva jetzt, ey. Ist mir ein bisschen zu hoch. Normalerweise zwei Tanks ist hier ganz gut. Ich denke mal, Kostrol hat gewechselt, weil Moratorium zu Zenyatta gewechselt hat. Mhm. Deswegen dachte er sich, brauchen wir keine zwei Healer. Naja. Schauen wir mal. Ich habe keinen drei, meinst du? Ja. Habe ich gerade richtig gesehen? Oder warum hast du nicht deine Winteruniform anwechseln? Oh, die habe ich schon lange gewechselt. Warum? Gerade hier... Weiß nicht, mir gefällt... Oder gefällt mir. Mir gefällt der hier ganz gut. Aber hier ist es doch frisch. Exakt. Die haben übrigens einen Hanso. Seit wann werden die Hanso-Schüsse auch so rot gezeigt? War das schon immer so? Na, die Hanso-Schüsse sind ja auch bei Weitem jetzt so schneller. Also haben sie es doch um Attack-Speed geschraubt. Okay, da habe ich ja schon richtig vermutet. Ja, der Affe ist auf dem Punkt. Ist das Attack-Speed? Ist das Attack-Speed? Ja, irgendwas an der Geschwindigkeit. Ja, die Pfeile fliegen schneller. Oha. Irgendwas beschießt mich hier. Ich muss mal kurz beiseite gehen. Vielen Dank, Senyata. Der Hanso ist am Punkt übrigens. Der Hanso ist hinter uns. Der wird gleich seine Ulti zünden. Passt auch von hinten. Oh. Rechts, genau. Der Schrauder macht sich auf den Weg. So lobe ich mir das. Das ist Teamarbeit. Das ist Teamarbeit. Ich habe meine Ulti übrigens ready. Die haben jetzt noch einen Ort. Oh, die haben jetzt noch einen Ort. Hochbalde riecht, so wie es aussieht. Der Lappen. Der kann doch bestimmt nicht. Komm, Wechseln, wir gehen gar nicht ulti. Oh. Scheiße, die hat mir eine Ulti abgewehrt. Was? Geht das? Ja, mit ihrem... Das geht? Krass. Ja, die verschwinden ja, die Geschoss einfach. Ach, die verschwinden. Okay. Okay, jedenfalls, wenn die Reinhardt haben, da kommen wir mit der Russin nicht weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem in der Kombi mit der Diva, aber mal schauen. Der Reinhardt kommt jetzt irgendwie von links, glaube ich, oder? Ich hoffe mal nicht, dass der für Ulti sammelt, weil da müssen wir uns ein bisschen verteilt hinstellen. Aber wir halten das bis jetzt ganz gut, ne? Aber ich lehne mich nie zu weit hier wieder aus dem Fenster. Wir haben in der letzten Season gelernt... Oh, ich lehne mich nicht an die Wand, ne? Oh, ich geh mal weg hier. Wir haben ja in der letzten Season gelernt, dass sich das ganz schnell wenden kann, das Blatt. Achtung, Diva! Oh Gott! Da hat der alte mich angekrapscht. Ja, passiert ja nicht viel. Wexler, wo bist du? Ach, da vorne. Die schon wieder. Die kann ja jetzt bestimmt eh nicht holten. Uh, nice. Schönes Ding. Oh, Achtung! Hä? Wollte den hingesetzt? Der kommt doch grad. Ach so, lol. Schau, da. Nice. Oh, sehr schönes Ding. Schönes Ding. Aber da sind jetzt immer noch drei Runden, ne? Also am Ranked selbst haben sie, glaube ich, nur Streifen gemacht. An dem Modus. An dem Modus nicht, ne? Schön. Schön. Ich muss sagen, ich find's richtig gut. Ich hab das richtig gewünscht, dass ich hier... Dass wir hier jetzt hier mit Nepal oder so eine Map bekommen, wo ich Lucy spielen kann. Dass das schön reinflutscht. Oh, du kleiner Schlingel. Zeig mal, Power Ranger Skin. Schrauber. Zeig mal. Oh. Sie wüssten aus wie Power Ranger. Ohne Witz. Hä? Ach da. Wie in einem von diesen großen Robotern. Ja, genau. Ich bin ein fliegender Transformer. Oder so, ja. So, allerdings, wenn die jetzt SeaWorld-Rainup auf der Map hier haben, ist es schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Die haben schon mal Reinhardt. Okay, die haben nicht viel geändert von ihrer... ...Saufer reingedacht. Oh, krass. Irgendwer ist gestorben. Junkred kommt von links. Da ist Junkred in der Nähe bei dir. Äh. Und der ist an Ahnung. Äh, hier ist Reinhardt. Lol. Komm, wechsel den. Stiefel kreisen wir. Na, Kampf, na, Kampf. Ja, gerade versucht. Fuck, 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 fuck. Nice. Schön. Oh. Sehr schön. Würdet ihr eigentlich sagen, dass wir uns seit der letzten Season entwickelt haben? Also weiterentwickelt haben von uns vom... Ja, ich denke mal ein wenig. Auf jeden Fall. Also 0,4% bei mir mindestens. Oh Gott. Ja, ja, ja. Wechseln, ich hab fast Ulti halt durch. Lol. Lol. Wie ist denn der... War der Dagger? Steckte der Dagger irgendwo fest? Oh Gott. Wechseln, ich Ulti, wenn's zu dick wird hier. Äh, zu. Zu. Äh, äh, ich krieg gerade wieder... Die Tracer. Die haben ne Tracer, die ist auf dem Punkt. Wechseln, kommen zum Punkt. Achso. Achtung, Hi Nun. Oh. Meine Ulti überhaupt irgendwas gegen Hi Nun? Äh, meine nicht. Nee, meine. Ob die irgendwas kriegen. So, äh, ich denke mal ein bisschen, ja. Die haben geultet. Ich glaub, der Junkrat will hier gleich reinkommen. Jetzt sie hier. Ah, auf meine Ult. Ach, ist gar keiner da. Oh. Der Naruto ist gut. Ja. Der Junkrat wird von denen. Ich warte nur auf euch. Yo, ich bin mal nix. Alleine hab ich Angst. Du bist ein Power Ranger. Du kennst keine Angst. Aber Power Ranger kämpfen immer zusammen, ja. Achtung, bis es rauskommt. Lol. Nice, Tracer. Oh, krass, ich krieg aufs Maul. Oh Gott, ich geh nicht alleine. Ich geh nicht mehr auf dem Punkt. Das ist zu krass. Lexa, lebst du noch? Ja, noch lebe ich. Bin unterwegs. Nice, Waxa. Äh, äh, Schrader. Hast du grad goldet? Ja. Ja. Ah, ich komm mir nicht richtig weg. Ich hab nur noch zwei Leben. Shit. Shit, ich bin down. Was ist das? Hm. Okay, everybody. Relax. Lasst euch nie so von der Tracer hier hinten festsetzen. Wir müssen auf dem Punkt. Ja. Ja, das ist immer so. Nein, komm, A4 stopp. Warum ultiert ihr? Warte, warte, warte. Ich wechsle halt durch, halt durch, halt durch. Ja, ja, ja. Ich hab Ulti. Ja, ja, ja. Ich gegen die Wand drückt. Scheiße. Ja, natürlich, ey. Mir die Ult wieder angehangen. Oder? Ja. Das sah zumindest so aus. Und ich hatte auch keine Barrierefrag. Das regt mich am meisten. Wir haben nur einen Tank, ne? Ach, scheiße. Scheiße. Ach, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen tanzen, hä? Okay, ich tanze will nicht. Ich bin dran. Nein, das Rad hat mich noch erwischt. Nein. Das ist da nie, wow. Okay, einen Tank. Ich bin jetzt so gut. Ähm, Schrauber, kannst du welchen Heiler kannst du gut? Ich wechsle mal kurz. Ähm, ich kann hier hatten, weil ich will zu Reinhard wechseln. Dann ist die Wechsel nicht so alleine. Wir haben schon den Senyata. ich mache und bin noch so schön heute in der Anrufe ein Wiedermich an verarschend zur Kostruhe der Gegner aufs Schwein so mit drei Tänz ich könnte mit mir so schlecht Hans auch nicht sein was man auch wieder auf aufdings zurück wenn ich werde immer ich glaube immer auf die war ok ja wir gucken mal wie es läuft wir haben den Affen der war hinter dir ich habe übrigens auch mal ein bisschen an meine Gamma Anstellungen umgedoktert es war wirklich ein bisschen sehr hell ich bräuchte ein bisschen hier achso halt da schon ha 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 oh Gott oh die haben jetzt noch die Ossin die ganze Zeit schon ich habe den Affen gepackt Achtung die Tracer so nice ach scheiße kurz kurz bevor ich die Ulti ziehen konnte ach ich wollte gerade die Ulti ziehen wow ist das unsere nein ne fuck ne wie hat der mich jetzt getötet nur wegen diesem scheiß Sprung oder was tatsächlich komm her du Affe komm her nein schubst du dich runter du Sack äh Klaver sag mir mal Bescheid wenn du die Ultras ich habe meine Ulti ready ja ich auch deswegen du meinst ich soll die flach legen und du drückst rein okay das klang irgendwie falsch aber ich glaube ihr wisst was ich meine oder ich habe keine Ulti mehr also meine Ulti ist weg du kannst ruhig einsetzen okay dann warte ich bis sie wieder rauskommen vielleicht kommen wir von hinten oder du kannst mir aber sagen wenn du deine was 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 natürlich mhm scheiße komm her lass dich bis nicht runter schubsen lol ich geh mal von hinten irgendwie rum und die ist fast wieder ready wer ist denn hier hinter uns ist es ist dann der Hut der Affe ist wieder da naja stimmt wo ist denn der der ist ja gerade weggesprungen müssen wir dann trotzdem noch eine Runde machen wenn wir das gewinnen ja Exxon halte ich mal bitte zurück wenn du keinen Anzug hast hm dann oh 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 Gott Lucio ist tot nein der hat mich wieder runter geschubst der Affe ah gut aber Lucio ist schon mal tot sie haben kein heal ja guck die haben ja die haben kein heal ich glaub der eigentlich ganz gut mit drei Tanks äh ja aber eigentlich soll das ja nicht der Sinn der Sache sein oder ich weiß ja nicht ich hab meine Ulti fast ready nice ist das jetzt schon GG oder ist das ne ne scheint GG zu sein ach ne doch nicht eh ne müssen wir noch ähm solche war ja immer mit äh drei Runden ja also gewinnen zumindest hm hm zum Bagnetzer ach hier wieder auf dem Tempel ach die ne warte mal ach die von von der ersten Runde ne ja ja wollen wir es weiter so probieren ja und sonst wechseln wir halt irgendwie ok ich würde schon mal versuchen auf Reaper zu wechseln ok mach das ich versuch mal auf Reaper zu wechseln ja äh wir haben nur noch einen Heiler ne ach so ja ja wenn ich tot bin tue ich auf Mercy wechseln hm 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 möglich hologram hm 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 kann die so gute Idee so weit vorzugehen, oder? Was? Oh, lol, für mich nutzt er die Ult, der Mond. Ich bin zurück und versuch' dich! So schnell hin, ja, jump with. Das ist blöd. Nein, ich wollte es noch wieder katerholfen, ich kack den Strahl. Nein! Warum? Ich stürze mich wieder ins Gekrimmeln. Ach, klar! Krass, ey. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Heiler. Ja. Ja. Die Russin lockt mit ihrem Scheißschild meine Ulti. Das ist nur neu. Ich bin schon nicht überwichtigen. Ach. Was auf, Klauer. Pass auf, Klauer. Ich habe es so flüchtig. Dann würde ich Isnyaat geben. Ja, aber dann kann haben wir kein Tank. Haben wir noch ein Tank. Ne, pass, pass, pass. Alles gut. Alles gut. wechselnd ist es nicht mehr als sie sehen ich bin da nicht auf den Punkt ich hab mir die Russen gekrallt der Russen hat die Scheißschild angeboten GG im Westen allerdings den den Junkrat wegnehmen sie müssen eigentlich unser Schampp machen oder unser Soldat wir können hier als Ziel und Tänke versuchen den Junkrat wegzumachen Prozent Stimt schon krass alter was für typen hier die kennen nix okay warum wir das so weiter probieren definitiv auf den jörter okay warte dann gehe ich auf das jetzt haben wir wieder drei tanks nee zwei der eine hat Reaper genommen man merkt eindeutig viel langsamer als vorher wer ist langsamer als vorher? äh Lucio mit seinen mit seiner Fähigkeit ach so, nehmen die den gemürft? ja haben sie ein wenig runtergenommen die Schweine der Affe springt oben rum der Affe sitzt hinter uns das ist doch nicht wahr nein krass was sind denn unsere Leute? ich kann ich bin hier aber mehr kann ich auch nicht machen ja aber die anderen drei ne die war mit der F5 ich meine schon mit dem Creeper also mein Ult ist jetzt ready ist er fest? ja er ist hinter uns ist er denn weg? ne da ist er mein Ulti auch was ready meiiiin jetzt stirb ich der Reaper jetzt ultet, ne? sind so im Arsch ne Dings aufladen das Volk der Robner auch ich gehe rein jawohl, schön geultet mit der Diva zusammen nice Ich brauche ihn, ich brauche ihn, ich brauche ihn Ich stelle mich in dir Oh nein, der Ache Nice, Schreiber Das hat jetzt gut gesessen Oh, jetzt kommt Rüber Jetzt kommt Rüber von rechts, rechts, rechts Oh, schade Oh, krass Ich habe meinen Ult wieder Der Affe kommt Junkrat kommt auch Natürlich Ah, schade Fick das mich Nein, ich wollte gerade Ulten So, dann Schau, doch, komm hinter mir Hinter mich Shit So, wie hat er dich bekommen? Ult ihn Na Wir sind jetzt alle tot, ist das nicht schön? Ich bin unterwegs gleich da und zweit Nicht steppen Ich kann gleich, jetzt kann ich wieder Was? Wartet auf mich Ich nehme den Punkt ein Oh nein Ah, scheiße Ja, natürlich Nimm sie den Metra, du Wurst-Typ, Alter Ich gehe auf Rüber Warum? In der Symmetra? Du Wurst-Typ Ich habe meinen O.T. ready, wir müssen Ja Krass Scheiße, Mann Das, liebe Leute, in den One-Placement-Matches Ja Mit irgendwelchen Vollidioten Lol Lol Ah, die Ulti war nicht schlecht, muss ich sagen Oh, ich wollte gerade Flamen, ist rausgegangen, der Schwein Jetzt geht der Ton plötzlich wieder Alter Jetzt habe ich plötzlich wieder auf dem rechten Ohr Ton Ja, ich hoffe, im Video war das nicht zu hören Wenn ja, dann tut es mir leid Ja, liebe Leute Es geht genauso los wie die letzte Season Haben wir dann nicht auch verloren, das erste Match Wechsel Das Platz ist das Match Ja Aber Ich kann wenigstens Einen kleinen Trost habe ich Ich habe eine Lootbox Ne, eine Lootbox Habe ich Habe ich, glaube ich, auch Warte mal Ja, habe ich auch Schön Dann werden wir das jetzt mal noch machen Ähm, es ist An dieser Animation hat sich auch nichts geändert Finde ich schön Sieht immer noch scheiße aus wie vorher So, und jetzt bestimmt drei Legendaries Das wäre so geil Ich habe bloß zwei Blaue Ich auch Davon ist nichts, äh, brauchbar Ja Siegerpose von Mercy Spiele-Icon Zwei Sprays Okay, liebe Leute Das war also das erste Match Ähm Ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Und da würde ich denken, sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder Und, äh, ja Die Abschlussworte Hat der Liebe wechseln Macht's gut Haut da rein Ciao 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 Ciao